Die deutsche Freiwasserschwimmerin Leonie Beck berichtet nach ihrem olympischen Rennen in der Säne von Krankheitssymptomen. Sie habe sich am Freitag neunmal übergeben, schrieb sie zu einem Foto auf Instagram. Zudem berichtete sie von Durchfall. Beck hatte am Donnerstag ihr olympisches Rennen über zehn Kilometer bestritten und den neunten Platz belegt. Die Wasserqualität der Säne war während der Spiele immer wieder diskutiert worden. Ein Freiwassertraining hatte man wegen schlechter Wasserwerte sogar abgesagt.